Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich hoffe, ihr seid noch nicht komplett geschmolzen. Ich muss ja sagen, so heißblütig man sich ja manchmal auch gibt, aber diese Hitze, die ist es dann doch nicht für mich. Oder zumindest nur dann, wenn man in der Nähe von einem Swimmingpool oder vom Meer ist. Ich glaube, dann kann man es ganz gut aushalten. Seid ihr im Urlaub? Seid ihr dieses Jahr weg gewesen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr weg wart, wie war es am Flughafen? Ich sehe im Moment überall diese TikToks und diese Nachrichten, dass es wohl das totale Chaos sein soll. Schreibt mal eure Erfahrungen unten rein, denn ich fahre in einem Monat. Oh, in einem Monat fliege ich nach Kreta und ich habe echt so ein bisschen Sorge, dass es das absolute Chaos wird. Naja, vielleicht legt sich die Situation bis dahin ja wieder. Wir werden sehen. Ich habe euch heute einen wahnsinnigen Fall mitgebracht. Ich konnte es irgendwie selber gar nicht glauben, dass das wirklich passiert ist und musste sofort in die Recherche gehen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das echt passiert ist. Aber es ist echt passiert und davon will ich euch jetzt einfach direkt erzählen. Oh, ganz kurz bevor wir rein starten. Ich habe natürlich auch noch einen Instagram-Account, bei dem ihr vorbeischauen könnt. Dann habe ich einen Podcast bei Spotify, den könnt ihr euch auch noch anschauen. Und ihr könnt diesen Kanal hier gerne auch abonnieren und die Glocke läuten lassen, wenn ein neues Video kommt. Darüber würde ich mich sehr freuen. So, genug der Eigenwerbung. Jetzt starten wir rein. Ich erzähle euch heute von Viktoria und Emil. Ein Pärchen, das sich 2011 zum ersten Mal trifft. Emil stammt aus Südafrika und er ist Ausbilder bei der Royal Army Physical Training Corps. Das musste ich ablesen. Es tut mir leid. Und Viktoria lernt ihn kennen, als er wegen einer Knieverletzung bei ihr in der Praxis liegt. Sie ist nämlich Physiotherapeutin für das Verteidigungsministerium. Der Funken springt sofort über. Sie sind total verknallt. Und im April 2015 sind sie dann bereits vier Jahre verheiratet. Also heiraten praktisch sofort. Und haben eine drei Jahre alte Tochter. Mit ihr leben sie nun in Amesbury und dort kommt dann auch der Sohn der beiden zur Welt. Und das Glück scheint perfekt. Ein sehr gefährlicher Satz in True Crimes. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Die Familie lebt nur zehn Minuten von einem Flug- und Absprungplatz entfernt. Und Vicky, also Viktoria, die von allen nur Vicky genannt wird, ist dort Stammgast. Sie selbst ist mittlerweile Ausbilderin für den beschleunigten Freifall, AFF, mit 2654 Sprüngen. Vicky weiß also, was zu tun ist. Sie ist darauf trainiert, mit unkontrollierten und unerfahrenen, sogar ängstlichen Springern umzugehen, ihnen die Angst zu nehmen und sicher von oben wieder auf dem Boden anzukommen. Sie ist sogar dazu in der Lage, während des Freifalls eine körperliche Position einzunehmen, in der sie noch schneller herunterschießt, um Personen aufzufangen oder denen dabei zu helfen, wenn der Schirm nicht richtig aufgeht oder wenn sie Panik bekommen. Vicky hat alle Szenarien schon durch und ist top trainiert. Emil hielt sich bei diesem Hobby, aber auch generell eher im Hintergrund. Das nach außen hin perfekt scheinende Familienleben bestand eben darin, dass Viktoria die Aktive war und Emil eher der passive Part. Einer der anderen regelmäßigen Fallschirmspringer sagt so über die Familie, er hielt sich selbst immer im Hintergrund. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich etwas Ungewöhnliches an ihm fand. Doch die Realität war anders, als es schien. Denn das Paar hatte jede Menge Probleme. Es gab unwahrscheinlich viele Streitereien. Und wenn Emil wieder einmal ausgerastet ist, hat Vicky ihn mit Distanz bestraft. Und so sind Streitigkeiten nie geklärt worden, sondern wurden immer weiter ausgetragen, in die Länge gezerrt und ein dumpfes Gefühl der Unzufriedenheit machte sich im Familienleben breit. Bei so etwas verstehe ich nie, wie die einzelnen Personen das aushalten. Ich bin Typ, lass uns streiten, okay, aber fünf Minuten später müssen wir uns vertragen. Ich komme gar nicht damit klar, wenn man länger im Streit miteinander lebt oder im Streit sogar schlafen geht. Ich würde kein Auge zumachen. Wie ist so eure Streitkultur? Seid ihr jemand, der dann sagt, ey, ich habe jetzt meinen Stolz und wenn er sich nicht entschuldigt, dann reden wir jetzt einfach nie wieder miteinander? Oder seid ihr wie ich und sagt, ey, ich halte es nicht aus, bitte lass uns einfach vertragen? Am Osterwochenende 2015 kommt das Ganze dann zu einer Eskalation. Emil schenkt seiner Frau Viktoria einen Fallschirmsprung. Die freut sich total. Emil war wieder mal lange auf Reisen gewesen. Die beiden hatten unwahrscheinlich viel gestritten und die ganze letzte Zeit mit gegenseitigem Ignorieren verbracht. Und Vicky denkt sich, ah, er hat dazugelernt, er hat seine Fehler eingesehen und will mir jetzt hier eine Freude bereiten. Sie sagt dem Plan also sofort zu und freut sich auf das Osterwochenende. Dazu kommt, dass es das erste Mal seit längerer Zeit ist, dass Vicky sich wieder in die Luft begibt. Sie hat ja ihren Sohn zur Welt gebracht und danach erstmal eine Pause eingelegt. Also doppelte Vorfreude, endlich wieder vertragen mit Emil und endlich wieder in die Luft steigen. Emil sagt dazu, er möchte ihr den Sprung als a treat, also als eine schöne Überraschung schenken, als etwas, womit sie es sich gut gehen lassen soll. Darüber hinaus sagt er ihr, hey, während du springst, nehme ich die Kinder mit, wir warten dann unten auf dem Boden auf dich und ich passe auf die Kinder auf. Wir machen also ein Familien-Event daraus. Und er kümmert sich wirklich um alles. Emil hält sein Wort. Er passt auf die Kinder auf, er geht mit den Kindern zur Toilette, wenn die was haben und er kümmert sich auch um den Fallschirm von Vicky. Diese kann sich einfach mit anderen Leuten unterhalten und Emil macht den ganzen Hintergrund und klärt alles ab. Zwischendurch muss eines der Kinder wieder einmal auf Toilette und Emil, der gerade mit dem Fallschirm beschäftigt war, nimmt diesen dann mit aufs Klo. Dort sind Emil und Kind und Fallschirm dann fünf bis zehn Minuten lang beschäftigt, kehren dann zurück und Vicky ist bereit, in die Luft zu steigen. Jedoch kommt es zu einem Wetterumschwung und der Sprung wird abgesagt. Die Springer einigen sich darauf, dass man das Ganze auf den nächsten Tag verlegt, um kein Risiko einzugehen. So wird die ganze Ausrüstung wieder eingesammelt und verstaut. Nur der Fallschirm von Vicky wird von Emil in einen Locker eingesperrt. Er sagt, er habe ihn schon fertig gemacht und dann müsse man nicht am nächsten Tag wieder ganz bei Null anfangen, sondern könne ihn einfach ready to go aus dem Locker nehmen und Vicky könne dann mit ihm springen. Vicky fühlt sich damit etwas unwohl. Normalerweise würde sie das niemals zur Hand haben, aber sie denkt daran, dass sich Emil ja um alles gekümmert hat und dass er so aufgeregt war, ihr beim Fallschirmspringen zu helfen. Und da dachte sie, ach komm, lass ich ihm die Freude. Wir sperren den hier ein und morgen benutze ich ihn genauso, wie Emil ihn mir vorbereitet hat. So kommt es dann dazu, dass am nächsten Tag dieselbe Gruppe wieder bereit steht, alle sich auf den Sprung freuen. Diesmal spielt das Wetter auch ein bisschen mehr mit und sie beginnen damit, die Fallschirme einzupacken, sich aufzurüsten und loszustarten. Da die Wolkendecke vom vorherigen Tag immer noch nicht ganz weitergezogen war, entscheiden sich jetzt alle für die Hop-Hop-Methode. Das ist ein Sprung aus einer etwas niedrigeren Höhe, bei der es darum geht, den Fallschirm schnell rauszulassen, weil man eben nicht so viel Zeit hat. Man ist ja sowieso ein bisschen niedriger und man kann auch nur eine relativ kurze Strecke zurücklegen. Aber alle sind sich einig, besser wir machen das heute, als dass wir wieder nichts machen. Und so machen sie sich ready für den Hop-Hop. 1.200 Meter hoch fliegt das Flugzeug, aus dem die einzelnen Menschen jetzt rausspringen. Vicky ist dabei die Letzte. Sie steigt aus dem Flugzeug raus, springt mutig in die Wolken, wie sie es immer so tut, reist sofort an der Leine, sie hat ja nicht viel Zeit, aber es öffnet sich kein Fallschirm. Vicky weiß sofort, dass etwas nicht stimmt. Es fühlte sich einfach nicht richtig an. Die Leinen waren verdreht. Ich habe mich gedreht. Noch gerät sie aber nicht in Panik. Sie weiß, sie ist geschult. Sie weiß, sie hat alle Situationen schon durchgespielt. Und weiß vor allen Dingen, Panik bringt hier gar nichts. Es ist zwar super selten, dass der Fallschirm nicht aufgeht, aber falls es mal zu so einer Situation kommt, gibt es dafür ja den Reservefallschirm. Doch auch der lässt sich nicht öffnen. Schließlich fällt Viktoria 1.200 Meter in die Tiefe. Auf dem Fallschirmsprungplatz sehen ihr die restlichen Gäste hilflos dabei zu. Ein Aufschlag aus solcher Höhe muss tödlich enden. Und die Ersten, die zu ihrer Unfallstelle kommen, bringen direkt einen Leichensack mit. Aber das Unwahrscheinliche, das große Glück, das Wunder ist passiert. Viktoria hat den Sturz aus 1.200 Metern überlebt. Ihre Rettung war hierbei der Ort, an dem sie gelandet ist. An dem sie aufgeprallt ist. Ein frisch geflügtes Feld. Der Untergrund war damit aufgelockert und weich. Natürlich hat sie sich trotzdem wahnsinnig verletzt. Sie hat sich fast alle Rippen gebrochen. Die rechte Lunge ist kollabiert. Doch die Ärzte schaffen es, sie am Leben zu halten. Die anderen spekulieren darüber, was da schiefgelaufen ist. Dass ein Fallschirm kaputt geht, ist unfassbar unwahrscheinlich. Und selbst wenn es dort zu einer Störung kommt, dass auch der Reservefallschirm nicht aufgeht, ist nahezu unmöglich. So wird geschätzt, dass es in den 10 Jahren vor diesem Ostersonntag um die 2,3 Millionen Fallschirmsprünge gab. Und bei diesen Sprüngen wurde 2.900 Mal der Reservefallschirm eingesetzt. Von 2,3 Millionen, 2.900, wo eben der richtige Fallschirm, der Hauptfallschirm nicht richtig funktioniert hat. Jedoch gab es keinen einzigen Vorfall in 10 Jahren bei über 2 Millionen Sprüngen, wo dann auch der Reservefallschirm kaputt war. Sprich, das Ganze kam allen sehr, sehr komisch vor. Mark Bayer da war der Erste, der an einem Unfallort erschienen ist. Er war einer der Hauptausbilder bei dieser Fallschirmsprungstelle und wollte Viktoria sofort zur Hilfe eilen. Ihm fällt dann auch sofort etwas ins Auge. Die Seile an Victorias Fallschirm waren seltsam verknotet. Die müssten eigentlich frei schwingen, damit sich alles entfalten kann. Irgendwie waren sie aber ganz doll ineinander verknotet und zugeschlungen. Außerdem gibt es jede Menge eigenartige Details. So sind die beiden Enden der Tragegurte des Rettungsschirms nicht befestigt. Als Mark dann nach einem Grund dafür sucht, kann er keinen mechanischen Fehler feststellen. So schließt Mark, das alles passt nicht zusammen und ruft die Polizei. Später erinnern sich die Beamten, die zu dem möglichen Tatort gekommen sind, daran, dass sich das Ganze nicht wie ein Kriminalfall angefühlt hat. Eher wie ein schrecklicher Unfall. Wir dachten, sie kämen mit einem mechanischen Grund zurück. Sehr traurig, sehr schade. Aber hier ist alles in Ordnung. Der Fall dümpelte ein paar Tage lang vor sich hin. Sprich, niemand hat das Ganze so ernst genommen, als dass jetzt irgendwer direkt volle Ermittlungen gestartet hätte und Alarmschufe rot ausgesprochen hätte. Alle dachten sich so, ey, wir verstehen, dass ihr nicht wahrhaben wollt, dass es ein blöder Fehler war, dass es hier einfach schlecht gelaufen ist. Aber guckt euch den Fallschirm doch nochmal an. Sowas kann noch passieren. Jedoch machen Freunde und Bekannte von Viktoria immer mehr Druck. So erinnert sich eine der Polizistinnen später daran, dass sie sagten, dass etwas nicht stimmte. Dass die Beziehung zwischen Viktoria und Emil ziemlich toxisch war. Es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich eine Erklärung bekommen habe. Aber als wir sie hatten, haben die Dinge eine ganz andere Wendung genommen. Es kommen immer mehr Details von der Beziehung zwischen Emil und Viktoria ans Licht. Eine Freundin sagt zum Beispiel, dass Vicky sich in einer Zwangsbeziehung zu ihrem Mann befunden hätte. Es gab Probleme mit häuslicher Gewalt in der Beziehung, die von außen nicht offensichtlich waren. Gewalt muss hierbei übrigens nicht immer nur physische Gewalt bedeuten. Häusliche Gewalt kann auch auf psychische Art und Weise ausgeübt werden. Das Gefährliche hierbei ist, dass so eine Misshandlung häufig langsam und schleichend beginnt, dass die Opfer teilweise gar nicht bemerken, dass es passiert, bis das Ganze irgendwann komplett eskaliert. So sagt die Polizistin. Du behandelst jemanden wie eine Prinzessin und dann tust du etwas wirklich Inakzeptables und Hinterhältiges. Aber wenn du erwischt wirst, behandelst du diese Person wieder wie eine Prinzessin. Die Frau denkt dann, er hat mich wirklich gut behandelt. Das lasse ich ihm jetzt mal durchgehen. Und dann passiert es wieder und wieder. Sie wird davon so erdrückt, dass sie einfach akzeptiert, dass das Leben so ist. Sprich also absolutes Gaslighting. Schnell kommt heraus, dass Emil nicht wirklich die Treue in Person war. Und dass dieser Punkt die Untreue ihres Ehemanns, Wikis, Schwachstelle war. Das war der Punkt, der ihr immer wieder wehgetan hat. Das war die Stelle, an dem Emil sie traumatisiert hatte. Und da er wusste, dass das ihre emotionale Stelle ist, ihre Schwachstelle, hat er den Punkt immer und immer wieder getriggert und ausgenutzt. Und da hatte er so schreckliche Taktiken, die mir so leid tun für Vicky. Zum Beispiel hat er jedes Mal, wenn Vicky gesagt hat, hey, ich fühle mich gerade unwohl. Ich habe das Gefühl, du lügst mich an. Ich habe das Gefühl, du verheimlichst mir etwas. Dann hat er darauf geantwortet mit, ach, du bist so misstrauisch, du bist so emotional, vertraust du deinem Mann denn gar nichts? Sodass Vicky wieder ein schlechtes Gewissen hatte. Und das, obwohl ihr Misstrauen berechtigt war. Aber dazu kommen wir später noch. Oft hat er ihr auch erstmal viel Liebe gegeben und hatte sie sich einst daran gewöhnt, hat er sich wieder komplett zurückgezogen. Sodass sie irgendwann emotional abhängig war von ihm. Dass sie immer versucht hat, ihn wieder zurückzuholen, wieder an sich zu holen. Aber das hat nicht funktioniert, da er einfach nur Spiele mit ihr gespielt hat. Die Polizei bestätigt irgendwann schon die Theorie, dass es keinen mechanischen Fehler an Vickys Fallschirm gab. Gleichzeitig gab es aber auch nicht genug Spuren und Beweise, die Emil belastet haben. Und der Hinweis, dass das Ganze eine toxische Beziehung war, reicht vor Gericht nun mal nicht aus. Die Ermittlungen beginnen also damit, sich auf das zu stürzen, was von einigen der Beamten als altmodische Detektivarbeit bezeichnet wurde. Das Ziel hierbei war festzustellen, ob Emil ein Motiv für so eine grausame und absurde Tat hatte. Währenddessen wird Emil aber schon mal verhaftet. Da dachten sich die Beamten, können wir nichts falsch mitmachen, den erstmal hier festzuhalten und währenddessen zu ermitteln. Während seiner Festnahme kommt Emil ins Reden und hört praktisch gar nicht mehr damit auf. Er erzählt immer weiter, dass er so einen hohen Sexualtrieb hat und Vicky ja kaum Lust hätte. Sie hätte einen niedrigen Sexualtrieb und deswegen wird im Bett halt nicht viel laufen. Außerdem gab er sehr schnell zu, außerhalb der Ehe Freundinnen zu haben. Gute Freundinnen, wenn ihr versteht. Beim ganzen Reden beteuert er aber nicht ein einziges Mal seine Unschuld. Sechs Stunden lang spricht er vor sich hin und die Polizistin sagt später, er war sehr, sehr selbstbewusst. Aus freien Stücken heraus enthüllt er zum Beispiel seine Affäre mit einer gewissen Stephanie Goller. Eine österreichische Fallschirmspringlehrerin, die er auf Tinder kennengelernt hatte. Außerdem gibt er zu, dass er Schulden bei Geldverleihern hat. Nicht nur das, er spricht auch davon, dass er am fraglichen Osterwochenende mit dem Fallschirm für eine Weile auf der Toilette verschwunden ist. Er bietet also ein Motiv für seine Tat und auch ein Mittel zum Mord an, so als wäre er unantastbar. Er war sehr clever. Er deckte alle Punkte ab, von denen er wusste, dass wir sie bei einem Blick auf sein Telefon eh entdecken würden. Er ging davon aus, dass wir akzeptieren würden, was er sagte und dass er uns nie, nie wiedersehen würde. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann hat seiner Frau dabei zugesehen, wie sie aus mehr als einem Kilometer Höhe vom Himmel gefallen ist. Und er sitzt dort, erzählt von seinen Affären und davon, was für einen tollen und aktiven Sexualtrieb er hat. Polizistin Hanna erinnert sich daran, dass er sagte, das Schlimmste an diesem Tag war, dass sie mich vor meinen Untergebenen verhaftet haben. Das war für ihn das Schlimmste. Hanna sagt, in diesem Moment dachte ich, dieser Mann ist seltsam. Sie mussten Emil erstmal wieder gehen lassen, aber sie hatten ihn sehr wohl im Blick. Darüber hinaus durfte er weder in das Haus seiner Familie noch Kontakt zu Vicky aufnehmen. Als Vicky das erfährt, ist sie völlig schockiert. Sie kann sich nicht erklären, wieso der Vater ihrer Kinder jetzt keinen Kontakt mehr zu ihr und an den Kindern haben darf, warum er nicht nach Hause kommen darf. Darüber hinaus beharrt sie auf seine Unschuld, erklärt der Polizei, sowas würde mein Mann niemals tun. Bitte, bitte lassen Sie ihn nach Hause kommen. Aber ihrer Bitte wird nicht nachgegangen. Zum Glück, denn die Polizeiarbeit geht währenddessen natürlich weiter und sie decken immer weitere Ungereimtheiten auf. Aber da seht ihr auch, wie manipuliert Vicky schon war. Eine Frau, die regelmäßig durch die Lüfte gesprungen ist, die sowas von mutig war, anderen dabei geholfen hat, in den krassesten Situationen nicht in Panik geraten ist, konnte nicht das Offensichtliche sehen oder wollte es nicht sehen. Was man ja auch verstehen kann, oder? Auf jeden Fall findet die Polizei sehr, sehr schnell sehr viel Belastendes auf Emils Handy. Zum Beispiel etliche Nachrichten mit seiner Affäre Stephanie Goller. Emils Texte scheinen zu bestätigen, dass er plante, nach dem Fallschirmsprung im April frei zu sein, um eine Beziehung mit Stephanie zu führen. Er erzählte ihr, dass er eine hochschwangere Frau hat, besteht aber darauf, dass es das Baby eines anderen Mannes ist. Nach der Geburt behauptete er, fälschlicherweise einen DNA-Test gemacht zu haben, der beweisen soll, dass er nicht der Vater seines neugeborenen Sohnes ist. Um mit dir zusammen zu sein, würde ich alles tun, schreibte er Stephanie. Ich werde so viel für dich opfern und aufgeben. Ab April kann ich alles machen, was ich will und was spontan ist. Es gab auch noch andere Texte, Texte an Escorts, wo er sich zu Sextreffen verabredet hatte. Er hatte ein Profil bei der Webseite Fab Swingers, was alles darauf hindeutet, dass seine Treue und seine Liebe Stephanie gegenüber auch nicht so dat war, was er ihr versprochen hat. So war er zum Beispiel Gast in einem Swinger-Club in Salisbury und schien dort Stammgast zu sein. Dort hat er auch häufig jede Menge Geld gelassen und war, wie gesagt, ein bekanntes Gesicht oder eine bekannte Maske. Ich weiß nicht, was für ein Club das ist, aber in Filmen werden die ja immer so mit Masken gezeigt. Man kannte ihn dort und das ist natürlich jedem selbst überlassen, Swinger-Club hin oder her, macht, was ihr wollt. Aber nicht, wenn ihr eine Frau zu Hause sitzen habt, die denkt, dass ihr treu seid. So, wäre so mein Vorschlag. Gleichzeitig schläft er übrigens auch noch immer mit seiner Ex-Frau, Carly, die Mutter von seinen zwei älteren Kindern. Carly wohnt gar nicht so weit entfernt von dem Haus von Vicky und Emil. Die Familien teilen sich sogar eine Kinderbetreuung. Er kann sich mit seiner Frau darüber unterhalten, ob er die Kinder abholen oder etwas einkaufen muss und sich gleichzeitig mit jemandem, den er von Fab-Swingers kennt, zu einem Wochenendvergnügen verabreden oder jemanden von Adult Work anrufen, um zu sehen, ob er verfügbar ist, so einer der Polizisten. Drei völlig getrennte Gespräche zur gleichen Zeit, die so geführt wurden, dass nie ein falscher Anruf an die falsche Person erfolgte. Wenn man sieht, wie sich das über Jahre hinweg ständig wiederholt, erkennt man, was für ein Mensch er war. Sein Alltag bestand also darin, alle anzulügen. Den einen hat er das erzählt, den nächsten jenes. Hat er seiner Frau erzählt, er geht noch etwas einkaufen für die Familie, hat er gleichzeitig beim Swingers Club angerufen und gefragt, wann die nächste Party geht und sich da dann vergnügt. Durch seinen Lifestyle, seine Lügen und sein Vertuschen hatte er übrigens Schulden in, oh, 22.000 Pfund Höhe angehäuft. Die tatsächliche Summe wird hierbei aber als weitaus höher geschätzt, da er so verschiedene Systeme aufgebaut hat, bei denen er Geld von einem Konto zum anderen geschoben hat. Hätte ich ein bisschen mehr Ahnung von Finanzen, könnte ich es euch wahrscheinlich erklären. So müsst ihr euch jetzt damit zufrieden geben, mit dieser Erklärung. Auf jeden Fall hatte er ordentlich Dreck am Stecken und es wird vermutet, dass viel, viel mehr Geld im Spiel war, als man auf den ersten Blick so erkennen konnte. Außerdem hatte er Schulden bei Geldverleihern, aber auch bei Freunden und Ex-Freundinnen. Auch bei Vicky hatte er Schulden. Während ihrer Beziehung hat sie ihm über 19.000 Pfund geliehen, bei denen er ihr immer versprochen hat, irgendwann zahle ich dir das zurück, irgendwann gebe ich etwas für dich und die Kinder und ich werde alles gut machen. Aber da kam natürlich nie was. Nachdem er dann einmal 6.000 Pfund von Vickys Konto geklaut hatte, behauptete er, ihr Konto sei gehackt worden. So ein Hund, wirklich. Die Bank hat nämlich natürlich sofort Nachforschung angestellt, weil die das nicht auf sich sitzen lassen wollte, dass deren Konten gehackt werden. Und die IP-Adresse, die man herausfinden konnte, die für diese Transaktion verantwortlich war, war natürlich die IP-Adresse aus dem Haus von Vicky und Emil. Got you. Etwas, das auch noch auffällig war, war der Betrag, den Emil in Vickys Lebensversicherung gesteckt hatte. Er hatte Vicky nämlich in seine Lebensversicherung mit reingepackt und dafür gesorgt, dass sie die größtmögliche Versicherung bekommt. Er wusste wahrscheinlich nicht, dass diese Lebensversicherung dann auch alles sein würde, was er im Falle von Vickys Tod bekommen würde. Denn Vicky, die auch nicht auf den Kopf gefallen war, wusste natürlich von seinen Geldproblemen und seiner Art, mit Finanzen umzugehen und hatte ihn 2014 aus ihrem Testament gestrichen, ohne dass er davon wusste. Die Polizei sucht jetzt immer wieder den Weg zu Viktoria und möchte mit ihr reden. Sie erzählen ihr erstmal nur, dass er eine Affäre hatte. Den ganzen Swinger-Club und Ex-Frau, das ganze Gedöns lassen sie erstmal weg, um Viktoria nicht komplett zu schocken. Aber sagen eben, hey, da war diese Affäre und er hat behauptet, dass euer Sohn nicht euer Sohn wäre, dass er nicht der Vater wäre und dass er jetzt eben ein freier Mann sei. Ähm, ja, wie geht's dir damit? Natürlich ging's Viktoria nicht gut damit, ihr wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Sie hatte nicht die entfernteste Ahnung davon, was Emil hinter ihrem Rücken alles trieb. Klar gab es Probleme, klar gab es Streitigkeiten und natürlich war man mal verliebter und die Dinge waren mal leichter, aber das alles war für Vicky alles. Sie hätte niemals damit gerechnet, dass so viel unter der Fassade stecken würde. Der Fall spitzt sich immer weiter zu, denn als nächstes berichtet Vicky davon, dass es ein Gasleck im Haus gegeben habe. Sechs Tage vor dem Fallschirmsprung hat sie plötzlich Gas gehochen. Emil war zufälligerweise an gerade eben diesem Tag nicht zu Hause. Er hatte woanders übernachtet, hat gesagt, er müsse länger arbeiten an dem Tag und Frau und Kinder haben oben geschlafen im Haus. Ihr ahnt wahrscheinlich, Emil war nicht auf der Arbeit, sondern an dem Abend ging eine SMS an ein Escort-Service raus und er hat auch seiner Freundin nebenbei getextet. Also er wird sich auf jeden Fall anderweitig vergnügt haben an diesem Abend. Aber da war eben dieser unwahrscheinliche Gasgeruch und als Vicky dem nachgeht, findet sie ein offenes Gasventil am Kühlschrank mit etwas Blut darauf. Sie schickte Emil damals noch eine Nachricht mit einem Foto von diesem Ventil und scherzt darunter, willst du mich umbringen? Emil hat das gar nicht als witzig empfunden, sondern hat sich wahnsinnig aufgeregt und hat geschrieben, wie kannst du sowas sagen, wie kannst du Witze darüber machen, dass ich dich umbringen wollen würde? Also wieder Gaslighting as its finest. Und ja, ich brauche es euch gar nicht zu erzählen, aber das gerichtsmedizinische Urteil hat natürlich sofort bestätigt, dass das Blut auf dem Gasventil von Emil stammt und er sich irgendwie daran geschnitten haben muss, als er es aufgedreht hat. Und das ist das Beweisstück, was die Polizei gebraucht hat. Sie haben jetzt sein Blut an einer Stelle, die nicht nur für den Tod seiner Frau, sondern auch seiner Kinder hätte verantwortlich werden können. Ihm war es also egal, ob die Kinder mit Vicky sterben oder nicht. Einer der Polizisten sagt, er zeigt alle Züge eines Psychopathen. Psychopath, Soziopath, Narzisst, extremer Egoismus. Er kümmert sich nur um sich selbst. Er ist nicht geisteskrank, das ist einfach sein Charakter, sagt einer der Beamten. Polizistin Henner sagt, er ist wie ein Politiker. Man stellt ihm eine Frage und er gibt keine direkte Antwort. Er hat dann etwas anderes gesagt, von dem du dachtest, dass es sich sehr interessant anhört. Keinerlei Empathie, keinerlei Mitleid mit anderen Menschen. Emil hat sich im Zentrum alles Geschehens gesehen und der Rest war nur dazu da, um ihn zu unterhalten. Und wenn es nicht mehr unterhaltsam war, dann sollen diese Personen bitte verschwinden und das so schnell es geht. Auf der anderen Seite war er natürlich auch unfassbar einnehmend. Eine Ex-Freundin beschreibt ihn als charismatisch und bezaubernd. Und das gibt es ja ganz oft, dass gerade solche Personen auf der einen Seite super sympathisch sind und die können Leute in ihren Bann ziehen und man hat Lust, sich mit ihnen zu unterhalten. Und man verliebt sich auch total schnell. Also wie viele Frauen er um seinen Finger wickeln konnte. Wahnsinn! Und nur dank dieses Charisma schaffen diese Leute es dann auch, so viele Menschen um sich herum zu haben. Denn hinter dem Charisma ist nur noch großer Egoismus. Bekannte sagen über Emil, dass er es gewohnt war, alles zu bekommen, was er wollte, wann immer er es wollte. Er wusste, welche Wirkung er gerade auf Frauen hatte und wollte auf nichts warten. Ein Nein, das kam für Emil nicht in Frage. So erinnert sich diese Ex-Freundin daran, dass Emil ein großer Lügner und Schwindler war. Er hatte sie damals, als sie 16 Jahre alt war, geschwängert und in Südafrika zurückgelassen. Er hatte ihr die Sterne vom Himmel versprochen und am Ende mit einem Kind im Stich gelassen. Sie sagt, er mag es nicht, wenn man ihm was verbietet. Er ist es gewohnt, seinen eigenen Willen zu bekommen und durchzusetzen. So gibt es am Ende des Tages keine Freunde oder Familienangehörige, die Emil während des Prozesses unterstützen. Er hat es geschafft, alle so zu täuschen und reinzulegen, dass niemand mehr hinter ihm stehen wollte. Der Staatsanwalt sagt vor Gericht aus, Emil sei ein pathologischer Lügner, der völlig ohne Empathie ist. Und etwas, das ich so schlimm finde und was mir so leid tut, ist, dass Vicky ihn immer noch nicht loslassen kann. Er hat zu viel Zeit gehabt, sie in seinen Bann zu ziehen und sie zu manipulieren und zu gaslighten, sodass sie vor Gericht Aussagen macht, die ihn schützen sollen. So sagt sie plötzlich, sie sei sich nicht ganz sicher, ob er wirklich mit dem Fallschirm so lange auf Toilette war und vielleicht sei das Ganze ja gar nicht sein Fehler gewesen. Sie versucht ihn sogar noch zu schützen. Nicht nur das, bis heute trägt sie seinen Namen, sagt, sie würde sich an ihn gefesselt fühlen und will seinen Namen nicht abgeben. Sie spricht davon, dass sie es hat schlimmer klingen lassen wollen, das mit den Geschehnissen, als es war, weil sie gedemütigt wurde. Sie sagt, ich wollte, dass er leidet. Außerdem sagt sie nach wie vor, dass sie nicht glauben kann, dass er sie habe töten wollen. Emil wird aber trotzdem verurteilt, da es einfach zu viele Beweise gibt und das Ganze viel zu schlüssig ist. Er hatte absichtlich ein Gasleck verursacht, um seine Familie zu töten. Er hat Vickys Fallschirm verknotet. Er hat in Kauf genommen, dass seine Kinder mitsterben, das war ihm egal. Und er hat in Kauf genommen, dass seine Frau vor allen Anwesenden vom Himmel fällt und in den Tod stürzt. Und das alles für eine Freundin, für einen leichten Weg, um sich nicht mit seinem eigenen Problem auseinandersetzen zu müssen. Um der Wahrheit nicht ins Gesicht schauen zu müssen. Um den eigenen Willen durchzubringen. Der Richter betitelt Emil als eine Gefahr für die Öffentlichkeit und verurteilt ihn zu 18 Jahren Haft. Er fügt hinzu, dies war eine bösartige Straftat von äußerster Schwere. Sie haben sich als eine Person von außergewöhnlicher Gefühlslosigkeit erwiesen, die von nichts zurückschreckt, um ihre eigenen Wünsche zu befriedigen. Seien sie materieller oder anderer Art. Period. Und so schließt sich ein wahnsinniger Fall. Ihr versteht jetzt, warum ich das am Anfang alles nicht glauben wollte, oder? Was für ein Wunder, dass Vicky das überlebt hat, dass sie auf diesem lockeren Feld gelandet ist. Und Wahnsinn, wie manipulativ eine Person sein kann. Wie er es schafft, so viele Menschen um den Finger zu wickeln, um Geld zu betrügen, mit anderen zu betrügen. Unfassbar. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Mir fällt, mir fällt heute nichts mehr ein. Ich drücke euch. Macht's gut. Ich drücke euch.